In unserem letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass der Goldpreis nach der Wahl von Donald Trump nachgegeben hat. Aber seitdem haben sich die Dinge schon wieder geändert und die Gold-Talfahrt könnte schon wieder vorbei sein. Das ist für LoroTV. Ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie so oft fangen wir mit dem Goldpreis an, um die Situation richtig einordnen zu können. Hier sehen Sie den Goldpreis des vergangenen Monats. Das hier ist der Tag nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. Die Gründe für diesen Einbruch haben wir in diesem Video schon mal ausführlich erklärt. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Punkt dazu, der sogenannte Trump-Trade. Den Begriff haben Sie in den vergangenen Wochen vielleicht schon öfter gehört. Der Trump-Trade beschreibt das Phänomen, dass Investoren und Anleger bestimmte Hoffnungen in die Wirtschaftspolitik von Trump haben und dementsprechend handeln. Seine Pläne stimmen die Börsen optimistisch. Steuersenkungen, billige Energie, Stärkung des Standorts USA. All das hat auch gleich nach der Wahl vor zwei Wochen für eine Kursrallye an den Börsen gesorgt. Die Tesla-Aktien und Bitcoin zählen hierzu den großen Gewinnern und eben Gold nachgeben lassen. Jetzt aber stellt sich die Frage, ob dem Trump-Trade schon wieder die Luft ausgegangen ist oder ob schon wieder andere Faktoren die Kontrolle über den Goldpreis übernommen haben. Vermutlich ist beides der Fall. Auf der einen Seite wackelt der Trump-Trade ein wenig. Die Börsenkurse haben nach den Rekorden der vergangenen Tage wieder ein wenig verloren, weil die Sorge besteht, dass Trump mit seinen politischen Plänen die Inflation wieder anheizen könnte. Und das könnte die US-Notenbank Fed dazu bringen, die Zinsen nicht so schnell wie gedacht weiter zu senken. Auch der Schuldenberg der USA ist hier ein wichtiger Faktor. Man erwartet sich von Trump nicht weniger, sondern eher mehr Schulden, was wiederum den Dollar belastet. Und der Anstieg des Dollars war ein Grund dafür, dass Gold in den letzten Wochen verloren hat. Ganz kurze Unterbrechung. Wir haben letztens festgestellt, dass fast 90 Prozent unserer Zuschauer unseren Kanal noch nicht abonniert haben. Sie können das mit nur einem Kick ändern auf den Abonnieren-Button unter dem Video. Nur damit das klar ist, das hat nichts mit einem kostenpflichtigen Abo zu tun, aber sie unterstützen uns dabei, unseren Kanal weiter zu verbreiten und sehen uns öfter auf ihrer YouTube-Startseite. Also haben wir alle was davon. Danke schon mal. Daneben gibt es aber zwei externe Faktoren, die sich sofort spürbar auf den Goldpreis ausgewirkt haben. Einerseits neue geopolitische Entwicklungen. Noch US-Präsident Joe Biden hat erklärt, dass die USA der Ukraine ab sofort erlauben, Langstreckenwaffen aus US-Produktion gegen Ziele in Russland einzusetzen. Ein erster Raketenschlag ist sogar schon erfolgt. Vor zwei Tagen ging Biden dann sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, er will der Ukraine auch Antipersonenminen liefern. Auf diese Eskalation reagierte der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Dekret, das den Einsatz von Nuklearwaffen unter bestimmten Voraussetzungen legitimieren soll. Gleichzeitig wurden zwei Unterseekabel in der Ostsee durchtrennt. Niemand geht hier von einem Zufall aus. Es ist anzunehmen, dass es ein Sabotageakt war. Andererseits haben anscheinend viele Anleger darauf gewettet, dass Gold weiter absinken wird. Als klar war, dass sich der Preis gerade ein wenig stabilisiert, hat ein Short-Covering eingesetzt. Das bedeutet, dass Investoren, die auf sinkende Preise gewettet und Goldpapiere leer verkauft haben, diese Papiere schnell wieder zurückkaufen, um möglichst wenig Verlust zu machen. Und dadurch steigt die Nachfrage sofort wieder spürbar an und damit eben auch der Preis. Und zuletzt kommen wir wieder zurück zu Donald Trump. Je mehr Namen seines Wunschkabinetts bekannt werden, desto klar erscheint, dass die kommenden Jahre, sagen wir mal, interessant werden könnten. In einem Artikel wurde es so formuliert, alles deutet darauf hin, dass wir in den kommenden Jahren eher mehr als weniger Krisen erleben werden. Mit anderen Worten, die geopolitische Lage wird immer angespannter, Gold wird sofort wieder als sicherer Hafen interessant. Und das Resultat haben wir eben sofort am Kurs ablesen können. Das war's für heute. Ich freue mich wie immer über Ihre Kommentare und Fragen, entweder gleich hier unter dem Video oder per Mail an tvstudio.com. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das am besten gleich. Der Button dazu ist direkt unter dem Video. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und bis bald.